Foy Vance ist ein Singer-Songwriter aus Nordirland. Er hat drei Studioalben veröffentlicht, mit denen er in den vergangenen zehn Jahren um die ganze Welt getourt ist. Vor kurzem haben wir ihn auf einer Reise durch die USA begleitet und mit ihm einige Städte entdeckt, die kult sind. Ein Ort, den er unbedingt besuchen wollte, war Santa Fe in New Mexico. Eine halbe Stunde außerhalb der Stadt und man ist in der Wüste. Atemberaubende weiter, soweit das Auge reicht. Joaquin kennt die Wüste New Mexicos wie seine Westentasche. Ausflüge macht man mit ihm zum Pferd. Das Schöne an dieser Gegend ist, dass man hier so viel machen kann. Hiken, Biken, Raften, Heißluftballon fahren, Campen, Fischen. Egal in welche Richtung man schaut, überall ist die Landschaft anders. Richtung Albuquerque ist sie völlig anders als Richtung Abiquiu. Da hinten ist die Gegend von Billy the Kid, Pecos und Las Vegas, New Mexico. Das ist der Wilde Westen. Reiten wir zu diesem Höhenzug? Das sind die Petroglyphen. Überall auf diesem Bergkamm gibt es Felszeichnungen. Es ist einfach ein schöner Ort und man hat eine fantastische Aussicht. Ist ja wie bei Butch Cassidy und Sundance Kid. Stimmt, nur wir sind die irische und die indianische Ausgabe. Der Ausritt hat voll hungrig gemacht. In Santa Fe macht er sich auf die Suche nach lokalen Spezialitäten. In The Shed findet man den Klassiker des Wilden Westens. Das Lokal hat in den vergangenen zehn Jahren achtmal den Preis für das beste rote Chili gewonnen. Sie führen den Laden hier in der dritten Generation, stimmt das? Ja, meine Großeltern zogen in den 50er Jahren in die Stadt. Und wir kochen noch mit den gleichen Rezepten wie damals. Die Küche ist eine Mischung aus spanischen und indianischen Gerichten. Die Chilis kommen aus dem Süden, die blauen Mais-Trotillas stammen von den Ureinwohnern. Das ist sehr authentisch für diese Gegend. Das ist sehr authentisch für diese Gegend. Das ist sehr authentisch für diese Gegend. Foy's nächste Station in Santa Fe ist Miau Wolf. Ein außergewöhnliches Haus, in dem man Kunst einmal ganz anders erleben kann. Ein wirklich abgefahrener Ort. Ich weiß nicht, ob ich jemals etwas Vergleichbares gesehen habe. Man verliert hier schnell das Gefühl für die Realität. Man macht eine Waschmaschine auf und es ist das Tor zu einer anderen kleinen Welt. Dass es so etwas überhaupt gibt, ein Zentrum für Kreativität und Gemeinschaft, wirklich ein cooler Ort. Am Ende seines Spaziergangs entdeckt Foy Vance das Live-Musikzentrum von Miau Wolf. Er hört den Jazz-Space-Rock von Papadozio. Das war nur eine kleine Auswahl der Sehenswürdigkeiten von Santa Fe. Es gibt noch viele weitere Abenteuer im Wilden Westen zu entdecken. Musik 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 Musik